Servus Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf iGorilla. Zuerst einmal möchte ich mich bei euch entschuldigen, dass ich jetzt schon seit eineinhalb Wochen nichts mehr auf meinen Kanal hochgeladen habe. Das liegt zum einen daran, dass ich privat ziemlich viel zu tun habe und auch in der Arbeit ist es gerade sehr sehr stressig. Und so komme ich einfach nicht dazu, um ordentliche Videos zu drehen. Natürlich könnte ich welche machen, aber die wären von der Qualität her schlecht bis widerlich. Deswegen kam auch so lange nichts von mir. Heute habe ich noch ein wenig Zeit, bevor ich wieder in die Arbeit muss. Deswegen habe ich mir gedacht, heute können wir mal wieder. Heute bin ich gut drauf, also fangen wir heute mal an. Deswegen beginne ich heute mit einem Faktenvideo mal wieder. Dieses Mal sind das einfach mal zwölf allgemeine Fakten, die ich mir so aus dem Netz herausgesucht habe. Damit möchte ich jetzt gleich mal anfangen. Jeder sechste Internist in Deutschland wurde bereits von seinem Patienten verprügelt. An jedem normalen Schritt eines Menschen sind etwa 200 Muskeln beteiligt. Der Weltrekord im Kirschenweitspucken liegt bei unfassbaren 21,71 Metern. Das muss man sich mal vorstellen. Die Enterprise Stars, William Shatner und Patrick Stewart, besitzen Grundstücke auf dem Mond. 1989 gewann Greg Lemaire die Tour de France mit Schrotkugeln in seinem Körper. Sein Schwager hatte ihn bei einem Jagdunfall mit einem Druthan verwechselt. Ja, einem Druthan. Dann mal wieder etwas, was sehr verwunderlich ist. Der Sektenführer Srid Cimnoi, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, hat angeblich in den letzten 15 Jahren 400 Bücher geschrieben, 3000 Lieder komponiert und unfassbare 130.000 Bilder gemalt. Der Erdölkonzern Shell begann als kleiner Laden in London. Er verkaufte Penisse. Hehe, nein Spaß, Muscheln. Ein Formel 1 Wagen könnte wegen des Ansaugsdrucks auf die Fahrbahn auf Kopf über an einer Zimmerdecke entlangfahren. Nur halt bei 130 Stundenkilometer. Haha. Im 19. Jahrhundert gab es in Amerika auch schwarze Sklavenhändler. Die Zahl Pi wurde am Computer auf unfassbare 2 Milliarden Stellen genau berechnet. Das Volk der Fore in Neuginea hat sich vor etwa 40 Jahren selber dezimiert. Sie starben an der Lachkrankheit, die sich Kuhu nennt. Diese wurde durch das Essen von Menschenfleisch übertragen. In jeder Tüte Gummibärchen sind etwa ein Drittel rote Gummibärchen dabei, aber nur ein Sechstel grüne, weiße, gelbe und orange. So Leute, danke fürs Zuschauen. Das war es mal wieder mit 12 Fakten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Des Weiteren könnt ihr diese Videos auch gerne mit euren Freunden auf Facebook oder sonst irgendwo teilen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.